Hat er denn ein geschaffte 34 von 34? Oder was sagt er? Ähm, ja bestimmt. Also nütch. Ich muss ja nicht gucken. Ach so, du hast schon angefangen. Warte, ich komm. Ich dachte, ja, okay, dann fertig geht's. Oh, tschüss. Und... easy. Hahaha, diese Luschen, alter. So, äh, was hab ich? Äh... Wenn du für Karte gehst und du 34 von 34 hast. 34 von 34, ja. Dann ist alles richtig, dann passt das. 11 von 20 Aktivitäten, alter Schwede, äh... What der, was ist hier los? Haha, wir kommen auf jeden Fall halbwegs gut voran, würd ich fast sagen. Ja, aber wenn wir das nächste Mal... Ja... Ähm, nochmal so viel, dann müssten wir ziemlich alle Aktivitäten schaffen nächstes Mal. Ja, safe. No, oh, nicht Ziele. Aber Katz und Maus war, glaub ich, wirklich gegeneinander. Das ist was Goldenes. Warten Sie! Warten Sie, der Herr, der Pokéball. Ist das ein Pokéball? Ja, stimmt, das ist ein Pokéball. Ah, nee, ähm... Wie macht man das? E drücken? Passt du? Okay, E drücken. Oh, ich hab'n, äh, Dingens gefunden. Moment. Und was? Was hilft denn, wenn man das goldene Kild hat? Oh, ich hab' mit einem einzigen, äh, dann werden wir die Bullen los. Ich hab' mit einem einzigen Angriff den Unruher zerlegt. Ah, ja. Oh, ich bin schwer level ab. Hä, wie zum Teufel ist das möglich? Oh, mal. Mal. Wer weiß uns rate zwei. Oh ja, mehr Geld, das find' ich gut. Ich mag Geld. Geld ist gut. Du weißt schon, dass... und stell' mal vor, wie gut wir durch Geld noch vollkommen. Das ist ja... das ist ja... Ja. ...da nichts, ne? Ja, das ist richtig. So eine Folge einfach. Einfach level 22, wie ist denn das möglich, ey? Boni war das, ne? Ja, ja. Wo muss ich P2 erstmal... Ich kann ein paar Geld für das Geld bei L2 nicht mal machen. What the... Ich hab' hier einen Chaoslauf übrigens. Ah, okay, du hast einen Chaoslauf, dann machen wir das. Lieber Chaoslauf, das ist ein geile... Oh, die Aktivitäten sind alle so geil in Saints Row 4. Ah. Okay, dann laufen wir mal gegen Professor Chaos, ne, was? Kommt mir bekannt vor, gab's das irgendwo, dass du nicht mal so Chaos, oder? Oder hast du... Ja, das ist von South Park, das ist das alter Ego von Butters. Ah. Jetzt. Okay, irgendwo wusste ich, irgendwie... Mal gehört. Das Geschwindigkeitsgefühl beim Supersprint ist so geil. Da wirst du... Dein Leid auch geben, das hat auch ein cool... Hat auch super cool Quests. Oh fuck, das war knapp. Interessant. Aber die sind... Boah, die sind knackig. Okay. Okay. Du kennst den Mirror's Edge? Ja. Stell dir das mit Zombies vor. Ach du Scheiße, ernsthaft? Mhm. Oha, krass. Okay, oh. Ah, das war dumm. Das klingt gar nicht mal so blöd. Warum hab ich eigentlich nie Mirror's Edge gespielt, wenn ich so den Parkour liebe? Ja, gute Frage. Das würde mich irgendwie auch nochmal reizen, glaube ich, jetzt wo du es sagst. Ja, das ist so ein kurzes Ding, das kann man kurz mal... Das könnte man echt mal ganz kurz... Ja, safe. Könnte ich kurz... Das könnte ich irgendwann mal ganz kurz aufnehmen. Oh, oh. Schaffst du es? Weiß nicht. Du schaffst es. Du musst. Yes! Eine Sekunde, wa? Ich glaube ja. Oh, Kake. Der hat schon gepiept. Ich hab's gehört. Nee, 6 Sekunden. Easy. Achso, na okay. 5, 6 Pieper, okay, das ergibt aber... Ah Gott, ich liebe die Chaos-Läufung. Ich weiß noch bei... Ähm... Bei Get Out of Hell gab's einen coolen Modus, wo man immer durch die Ringe fliegen musste. Das fand ich auch mega cool. Ich muss ehrlich sagen, bei Get Out of Hell kann ich mich nur noch an eine Sache erinnern. An diesen bescheuerten Song. Was find ich meine? Welchen Song? Dieses Lüter, diese Oper. Ach ja, das war auch so geil. Ja, stimmt. Der war doch wie wir uns so einen abgelacht haben. Ja, stimmt. Das hab ich schon wieder verdrängt. Ich erinnere mich noch an so einer Aktivität, wo man halt so... Da kann man ja fliegen. Und da fliegt man nachher durch so eine... Ähm... Durch solche Ringe die ganze Zeit durch. Das hat mega Spaß gemacht. Du willst fliegen? Mal fliegen, ja. Oh, UFO-Vandalismus. Okay, cool. Wenn du schon davon sprichst, dann ziehen wir's durch. UFO-Vandalismus. Mhm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay, cool. Bis ja eh alles gemacht werden. Ja, ist richtig. Das soll die Fett nicht zu oft machen. Das sah zwar saucool eben aus, aber das ist vielleicht nicht so schön. Hm, ich bin in die Hege reingeflogen und dann hab ich nie killt. Ähm... Ja gut, äh... Das war ne witzige Methode, sollte man aber nicht so oft geholt, finde ich. Ich... Ich glaube, da könntest du recht haben, ja. Ja, cool alles. Das glaube ich dir auch. Ähm... Irgendwas hab ich gerade getroffen? Cool. Ähm... Ich glaube... Ah, okay übrigens, ich kann entweder schießen oder... Oder Raketen ballern, ne? Nicht wie die... Ja, ja genau. Aua! Ich bin ja gar nichts um Kombos zu machen. Ein Stück weiter fliegen. Ah ja. Ich kann leben mit dem. Ich bin noch stehen. Ja, der lässt sich ein bisschen schwer steuern... äh... spielen, als der Panzer, dem Panzer, dem Panzer, dem Schießen. Ja, es geht aber. Ja, das ist jetzt nicht, dass man den nur ne Kontrolle hat, aber... Im Sinne ne... äh... ne Kombo aufzubauen. Der muss sich mehr konzentrieren. Der muss sich mehr konzentrieren. Möchte aber vielleicht... Das stimmt. Einmal rü... Spiel, ich möchte mich einmal reparieren. Ähm... Ja, ein bisschen tiefer fliegen, dann sehe ich die Dinger besser. Oh, gut. Aber es geht. Und das ist schwer? Oh, cool, wow. Ah... Das ist noch nicht so lau, wir sind noch nicht durch. Das ist aber... das ist mein Hauptproblem. Nimm mal ein großes Maul und dann krieg ich noch die Knauze. Ja, ja, ich... ich kenne das. Ich kenne das. Oh, was? Oh, God of War ist voll einfach. Die Bossgegner... ach du Scheiße. Oh, Zeus. Hi, hi. Hey. Na, öfter hier. Oh, schönen Hammer hast du da. Ne, Hammer sag ich schon. Schönen Blitz hast du da an der Hand. Oh, den... oh, oh. Ja, mit Tor gibt's jetzt auch nicht. Das würde dich auch interessieren. God of War. Ich glaube, das ist auch ein Spiel für dich. Ja, ist auch mein Wunsch noch zu schon seit Ewigkeiten, die schon so lange spielen. Oh, das ist knapp. Ah, ich will die Typen unter mir treffen. Ah, das war ein guter Hit, aber der reicht glaube ich nicht. Ah, nein, zu knapp. Oh mein Gott. Du musst doch irgendwas getroffen haben kurz vor Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dr.Haus, der Videospieler wieder angegriffen. Alter, guck dir das an. Eine Billion dreitausend. Ja, Alter. Das war genau abgezählt. Alter. Stark, 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 stark. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hab einfach... Easy. Auf jeden Fall haben wir das schwerste fertig, dann ist es ja leichter. Oh, gut zu wissen, würde ich sagen. Alter. Wir haben schon 13... Oh Gott, dann sind so viele Aktivitäten fertig. Obwohl die Aktivitäten gehen uns bald zur Neige, glaube ich. Ja. Das war durch mit Aktivitäten. Obwohl wir haben das noch nicht. Weiß ich, was das ist. Könnte man hier nochmal getrückt falsch halten. Ähm, ja, da waren überhaupt die Ziele, Alter. Krass, ey. Nein, wir wollten den Sport nicht durchspielen, ne? Ne. Wir waren nicht mehr sicher, ob das überhaupt laufen würde heute. Aber gut, ich denk mal, das hat sich damit auf jeden Fall geklärt. Ich hab damit gerechnet... Ich muss eigentlich so sagen, indirekt... Ich glaube, ich hab einen Sp... ...Damit gerechnet wurde. Spalt. Oder so. Ich hab mal einfach einen Plattformen-Spalt. Okay. Ich hatte echt... Ja, ich... Ich auch. Ach, das... Ah, das ist auch cool. Da muss man immer in der Mitte landen, damit man mehr Punkte bekommt. Oh ne... Ah, das macht... Das macht Spaß. Echt? Hm? Ja, das sieht aus wie... War ich geil... Ähm... Okay. Ich bin gefahren. Wir müssen natürlich beide machen, aber... Ja, ich bin... Ich bin... Okay. Einfach immer schön mittig landen. Ich bin jetzt in diesem mittleren Kreis, das reicht schon völlig aus. Ach so, ja. Okay. Oh. Okay. Einmal war jetzt verkackt, aber egal. Aber muss ja auch nicht schnell machen, ne? Doch. Ein bisschen. Ja, also man sollte schon... Ein bisschen Gas geben, aber... Er kann doch mit uns nachhelfen, ne? Ja, ja, ich weiß. Oh fuck. Ah, jetzt hab ich aber den nicht gut geschossen. Mhm. Aber ich... Glaube ich. So schön. Ah okay, das ist echt cool. Doch. Das ist ganz geil. Das sei eben so scheiße. Das sei eben so ein Trailer, so... Ähm... Ich dachte so... Ja... Muss nicht sein, Spiel. Aber... Doch. Ey, ich brauch dich nicht. Nee, das stimmt nicht. Na. Ja, okay. Ja, Silber haben wir jetzt schon. Ja, geh mal weg. Silber, danke. Das ist ein bisschen doof. Ich springe. Ah... 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 Ist okay. Okay. Gut. Kann er das jetzt nochmal machen müssen? Glaube ich nicht. Am Anfang hab ich ein bisschen eingeschissen, weil ich es nicht genau verstanden habe. Aber wir sind genau jetzt fertig. Easy. Müssen wir auch nur schaffen, ne? Ja. Ah, müssen beide schaffen. Ja. Ja. Use it when you find me a suitable form. Ja. Cool. Er ist ein cooler kleiner Modus. Zack vom Spalten. Dann haben wir jetzt schon wieder bestimmt. Sie haben noch tausend davon freigeschaltet. Wahrscheinlich. Geil. Sonst dauern wir. Ja. Haben wir wirklich. Ja. Gib mal. Ah, Katz. Ja. Okay. Geil. Wenn das ein Wellenkampfer uns den erstmal holen? Wenn das ein Wellenkampfer uns den erstmal holen? Wenn das ein Wellenkampfer? Wohl. Denk da vorne. Ja. Kannst du schon aktivieren? Ich bin ja durch. Wenn du darf. Ist klar. Mal rein in die Masse. Ich bin ja nicht gegen die Antenne springen. Oder war das dein letztes Mal so geplant, dass es so verpackt ist? Kann gut sein. Jetzt wirst du mir. Oh. Jetzt wirst du mir richtig überlegen. Aber dann war das. Ah, wenn das nicht geplant war, dann war das irgendwie witzig. Ah, war das irgendwie. Das war gruselig. So close. Wenn wir hiermit fertig sind, mach ich mal auch den Plaster. Entschuldigung. War auch nix mit Falsch machen, finde ich. Ich bin ja auch eher so ein heißer Typen. Was? Easy. Ich war. Ich war nicht mal drin. Ich hab das nicht mal gefühlt. Hilfe. 16.000 Dollar. Oh. In the trash. Perfekt. Let's go. So. Explosion. Sicherheitslöschung. Feindlichen Code entfernen. Das ist hier ganz gleich vorne. Mal gucken. Feindlichen Code entfernen. Gehe zum Ziel. Das hast du frei gemacht. Genau. Aber stimmt. Jetzt kann ich jetzt ja nicht starten. Du bist gesteilt. Warum startet es nicht von uns beide? Das ist eine gute Frage. Oh. Machen wir eine Kloschüssel. Okay. Die sehe ich auch. Aua. Du hast die Spielsätze bei mir verlassen. Ich bin eigentlich noch drin. Ja. Mir bist du da außen. Ja. Jetzt bin ich rausgekloppen. Achja. Alle 3 Viertelstunde wieder. Pasiert. 31 Prozent. Ja. Da haben wir es wieder. Äh. Ja. Hin und wieder. Wieses Spiel. Ja. Es geht einem schon manchmal auf den Sack. Aber gut. Was wollen wir machen? Es ist wie ihr siehst. C'est la vie. Achso. Hier ist so ein komisches Auto wieder. Mal gucken. Ah. Die Autos sind cool, ne? Das ist auch cool. Ja. Ist auch nett. Die Autohacken, ne? Ja. Ich will die Spiele zum verlassen. Okay. 31 Prozent. Ja komm, wir haben 31 Prozent erreicht. Dann muss es ja wohl jetzt. Oder. Wo sind jetzt die Steam-Server warten? Ein Drittel du spielst es fast durch. Eigentlich. Großartig funktioniert es jetzt zumindest. Ich denke mal bei der nächsten Session wird es auch wieder vernünftig laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.